Hallo und herzlich willkommen bei einer weiteren Folge, Minicraft Pixelmon. Heute geht es darum, es werde die Brücke hier weiter abreißen. Die alte. Die wollen wir durch eine schöne... Ersetzen. Durch eine schöne Blasbrücke. Können wir aber auch nicht bringen. Ich glaube, ich muss mir gleich mal meinen Wasser-Pokémon raussuchen. Eieiei. Eieiei steht. Noch bist du zur gleichen Zeit. So. Eieiein, die Rolle kommen. So. Die Jeningen. Hier sind... So. Noch ist. ist ja auch clever so ich hoffe es ist mir keine folge jetzt für lange geht wegen einem bestimmten Lied jetzt nicht erwähne ich kann doch zaubern Ja, einen Wunsch mit einem Talor, jetzt mal. Natürlich wird das jetzt nicht reichen, das ist ja klar, aber... Wohl, das könnte reichen, mal grad wieder was reinschmeißen. Was soll er erst mal brennen? Mal viel brennen. So, jetzt weiter. Ich glaube in der nächsten Folge mach ich nochmal Specs rein. Oder vielleicht jetzt gleich nochmal. Während der grad brennt, kann ich das jetzt grad machen. Und ja, mach ich auch jetzt grade und seht mal hier wie es, ob die Fallen aussieht. Der Bass stellt mich aus. So. Okay, Soundpack ist raus. Nehmen wir natürlich jetzt gleich nochmal rein. Das ist mir ja nicht so. Das ist mir klar. Soundpack. Abra. Abra. Ich muss erstmal aufbauen hier. Das kann im Moment dauern. Abra. Abra Wура. Abra. Abra. Willkommen Abra Wurzeln. Man sieht gar nichts davon jetzt gerade. Schreibt mal in die Kommentare. Welches gefällt euch besser? Also in meiner Wenigkeit gefallen mir alle beide. EagerCraft hat sich sehr gute Mühe gegeben für Ears. Man merkt, dass er auch da lange dran gesessen hat. Wird natürlich auch Nutzen. Weil ich sehe gerade, dass noch ein bisschen Pixelmonter eher für Specs ausgelegt ist. Noch. Wenn er irgendwie fix danach kommt oder so. Der Pixelmonter kann man das gut nehmen. Und hier goCraft. Die laufen auf irgendwas, aber wir sehen nicht was. So, mal rum. Fast ein komplettes Deck. Fast. 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 da sind wir noch auf die seiten dann haben wir alles nichts passiert magikarp Untertitelung des ZDF, 2020 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 Untertitelung des ZDF, 2020